Kinder, ich bin zu Hause. Kinder? Die kleinen Racker. Kinder, ich bin wieder da. Kinder? Hallo? Kinder? Kinder, steht auf. Kinder, aufstehen. Kinder, aufstehen. Aufstehen, mach ich eine Scheiße. Stehen auf, du mal. Hey, 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 hey. So, was machen wir hier? Papa war einig. Papa war einig. Du hast mich geschlagen. Hört auf. Hört auf zu streiten. Papa hat mich gehauen. Hört auf. Randale! Randale! Okay, Kinder. Schaut mal, was Papa sich machen lassen hat. Papa hat sich Brüste machen lassen. Jetzt kann Papa auch als Alleinerziehender Vater oder Mama sein. Kommt zurück, Mann. Das ist natürlich. Papa haut immer uns. Ich habe euch was zum Spielen von Saturn mitgebracht. Hier ist eine Kühlbox. Da könnt ihr mit spielen. Geil. Geht zurück in dein Zimmer. Da ist nix drin. Verdammte Scheiße, seitdem ich letzten Monate Fernseher verkauft habe, läuft hier alles drunter und drüber. Wir bringt uns nie was zu essen mit. Ich bin der beste Vater der Welt. Wir brüsten, ja. Okay. Kevin, Stein. Geht ihr wieder in euer Kinderzimmer. Okay, okay. Papa, Schwimmbad. Nein, Kevin, später. Nein. Wo ist euer zurückgebliebener Bruder? Wo ist Felix? Ich will ins Schwimmbad. Ich will kacken. Was machst du da? Ist das ekelhaft. Was macht der da? Papa, ich hatte nichts. Rücksicht. Felix, hörst du bitte auf. Komm bitte mit. Kommt bitte alle drei mit. Stein, hast du gekackt? Ja. Sehr gut, okay. Kommt mit. Also, setzt euch bitte alle an den Essenszimmer. Ich mache euch jetzt erst mal was zu essen. Okay? Setzt euch bitte hin. Alle hinsetzen. Alle hinsetzen. Ich sitze top. Ich hasse es, dass euer Bruder mich verlassen hat. Vermisst ihr Mama auch so? Ja. Ich vermisse Mama. Hier sind einfach Wassermelonen. So wie die schönen Wassermelonen von Mama. Möchte jemand ein Smoothie haben? Nur weil ich schwarz bin? Äh, äh, doch, doch. Ich will. Ja, funktioniert nicht. Unser Smoothie ist kaputt. Ich kann euch nur ganze Äpfel. Ich vermisse Mama so sehr. Halt die Brüste auf zu Hause, Mann! Also, okay, Kinder. Da ich heute gekündigt worden bin, muss ich nur die ganze Zeit mit euch verbringen. Stein, komm her. Stein, komm her. Okay. Stein, setz dich bitte hier hin. Wie geht das? So, hier. Guck dir das an. Äh, äh. Guck dir das an, Stein. Das ist nicht für Kinder. Kommt. Verdammt nochmal, verdammt. Dann guck das. Kevin, du musst nicht da. Ist das besser? Äh. Guck das. Das ist für Kinder. Das ist Minecraft. Ciao. Äh. Hör auf, Stein. Äh, äh. Stein, weg. Da kommt der Fahrt direkt wieder weg. Kinder, bitte. Äh, äh. Und dann, Mama. Okay, komm, wir gehen raus in den Pool. Wir gehen raus in den Pool. Wir gehen raus in den Pool. Kommt. Komm, wir gehen raus in den Pool. Ja, schwimmen. Sehr gut, okay, okay, okay. Aber vorsichtig, Kinder, okay? Seid vorsichtig. Also, los, Kevin. Du zuerst. Du kannst am besten von einem schwimmen. Felix. Nicht kacke. Okay. Felix, geh in den Pool. Felix, stopp. Felix, stopp. Kacke ist nicht gut. Papa. Papa. Einfach so rein, geh du rein. Papa. Steini, geh du rein. Felix, komm bitte mit. Ey, der verreckt. Der verreckt. Felix, Felix, du kommst mit. Du gehst erstmal duschen, Alter. Alter, du schwimmst auch scheiße. Alter, ich bin damit. Du wirst nicht den Arschabgewicht. Los, ein da. So, geh du duschen. Und ihr beide spielen. Ich kann nicht schwimmen. Ich kann nicht schwimmen bei. Ich kann nicht schwimmen bei. Schau mal hier, Alter. So, pass los. Schau her. Ich bin sauber. Ich bin sauber. Ich bin sauber. Ich hasse euren Bruder. Ich bin sauber. Also, ihr geht hin und legt euch in der Luft hin. Und dann macht ihr eine Arschbombe. Habt ihr das gesehen? Ja. Los, eine Arschbombe. Los, in der Luft hinlegen. Okay. Los, Stein, versuch's. Warte, warte. Ich mach es ja. Okay. Oh, Papa. 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 Aber, die weh. Kevin, komm aus dem Wasser raus, verdammt. Stein, komm aus dem Wasser raus. Ich dachte, du könnt schwimmen. Das hat eure Mutter euch dein Beigebracht. Aber, das tut weh. Stein, komm aus dem Wasser raus. Hör auf. Hör auf. Komm da runter, Stein. Kevin, komm da runter. Kevin, du dir nicht das Dreckskind. Hey, Alfa. Hey, Alfa. Ja, komm. Alfa. Kevin, komm aus dem Wasser raus. So, Kinder. Wir machen jetzt alle was zusammen. Kommt mit. Alfa, folgt mir. Kommt. Ja. Kinder, kommt da sofort runter. Warum denn? Weil ich sonst ein Messer hole und ich ein Abstecher habe in der Kopf. Okay, dann kommen wir wieder runter. Okay, okay. Okay, ja. Ihr beide. Kevin. Ja. Grill mir was zu essen. Alfa. Nee, du den Rasen und Rotpilz springt los. Felix, du springst Trampolin. Ich hole kurz mein Messer, falls es aus der Ronde ein Band gerät. Alfa. Hört mit Spaß, die Kinder. Ich hasse euch. Wo ist mein Messer? So, hier. Oh, ich gehe rein. Es regnet, Papa. Nein, ihr bleibt alle draußen. Ah, das Messer. Ah, das ist gut. Alfa Stein. Ah, ah. Deini, komm her. Steini, komm her. Deini, bleib stehen. Ich tu dir nichts, bleib stehen, bleib stehen. Ich gebe dir alles, was ich habe. Ja, hier, meh den Rasen mit dem Messer, los. Und pass auf deine Geschwister auf. Ich suche die zwei ganz kurz. Wo seid ihr denn? Hör auf da. Verdammte Scheiße, Mann. Ich bin mitten im Nirgendwo, du Bastard. Ich bin wieder auf meiner Arbeit. Ich bin mitten im Nirgendwo. Was ist das? Ich buddel mich jetzt ein, du Bastard. Ich hasse mein neues Leben. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Pass dich mit dem Messer auf. Ist das klar? Okay. Hier kann er uns nichts anhaben. Hier kann er nichts anhaben. Ich tu einfach nichts, Kinder. Oh, vorsichtig. Kinder? Oh, oh, Papa ist da. Oh, ich kann hier Sachen kaufen. Kinder? Oh, oh. Oh, es geht. Hallo. Oh, es geht. Kinder hat aufgehoben. Aua. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf, Rotpilz. Hör auf, du wirst sterben. Kindersicher. Ich habe ich von deinem Bruder aus dem Klo gefischt. Verdammtes Drecks. Kinder, hör auf damit. Rotpilz. Pilz ist reicht. Steigen du auch. Bleib hier. Bleib hier oben. Papa, guck mal. Ich komme fast hochgesprungen. Die Elektrizität, sie macht mich so süchtig. Man hat überhaupt jemanden nachgedacht, als er diese Map gebaut hat. Ja. Ich kann unser eigenes Haus nicht übers Dach. Ah, verdammt. Okay, Kinder. Kommt alle bitte runter. Wir schauen gemeinsam Fernsehen, okay? Wo? Kommt alle bitte runter. Setz dich, Rotpilz. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Alles an. Schaut euch das an. Das wollen wir gucken. Warte. Was ist das? Oh, ja. Das ist schon cool. Oh, ja. Oh, ja. Oh. Okay. Was willst du? Du hast Essen und du hast Luft. Was braucht ein Kind noch? Ich will ein Schwimmbad, Papa. Dann komm mal. Hey Arnold. Hey, ich bin wirklich überfordert mit euch. Ich auf. Mach den Fernseher aus. Geh den Fernseher zurück. Okay. Okay, ich hab's ja. Was ist mit deinem Kopf passiert? Rotpilz. Ich bin ein Football-Schädel. Was ist mit deinem Kopf passiert? Hey, Football-Schädel. Ich hab' mich in die Wand gehauen. Mein Kopf ist auch kaputt. Kinder. Mein Kopf ist ganz schön. Hier bin ich, Papa. Mein Kopf ist ganz schön. Mein Kopf ist ganz schön. Ja. 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 Du hast einen Tumor im Kopf. Wir müssten dich jetzt kranken ausbringen. Was ist, Papa? Kevin, ich glaub, du bist schwer krank. Kevin, sterben. Hey, wie ist die Luft hier oben? Kevin, du wirst sterben. Es ist ausgeschlossen. Du wirst sterben. Als Erster an deinen Brüdern. Nein. Nein. Deine Brüder haben eine normale Kopfform. Kevin, hör bitte auf. Einfach deinen Ringe bitte um. Ich will nicht sterben. Stopp, Alter. Schau, geförte Kuh, Alter. Nein. Stopp, Alter. Was sagt ihr? Wir machen gerade Erwachsenenkram, okay? Ich will zurückkommen. Okay, noch. Willst du unter meinem Haar krachen? Ey. Das ist ungesund. Hier frisst du sie krank. Ab. Ah. Ah, mein Gott. Du drehst Kind. Ich hab euch gepackt. Okay, Kinder. Also. Jetzt schäme ich mich wieder ein bisschen. Ich kopiere jetzt hier erstmal was, okay? Wie geht das? Wie? Brauchen wir Papier dafür? Wir brauchen Papier. Einfach sein, hol bitte Papier. Ich hab kein Papier. Warum geht die Mikrowelle nicht mehr? Der ist kaputt gemacht. Oh. Oh. Ralfi, ich hab dein Schlagstück gefunden. Gib mir den bitte. Guck da, da. Sehr gut, Kinder. Und jetzt gehen wir alle in den Garten und spielen gemeinsam. Kommt mit, Kinder. Kommt mit, kommt mit. Okay. Kommt alle bitte mit in den Garten, okay? Ja, Papa, wir kommen. Also, Kinder. Papa spielt jetzt was mit euch, ja? Aber komm, ist ja doch so dumm. So ist es bitte. Wenn ich jetzt den Toaster reinwerfe, müsst ihr euch instant sterben, oder? Warum ist der Fernseher schon wieder an? Oh, was? Hör auf. Ich will doch nur Fernseher gucken. Alle hier oben drauf. Aufsprungwert. Los. Kommt alle hoch. Los. Aufsprungwert alle. Okay. Jetzt spielt Papa mit eurem Spiel. Papa schlägt euch jetzt mit dem Stock, okay? Okay. Alles klar. Und los. So. Ei. Wo bin ich? Ich habe das Spiel gewonnen, Papa. Ich will es nur gucken. Ich kann nicht schon. Ich habe gewonnen, Papa. Hör auf, Fernseher zu gucken, Felix. Warum denn? Alter. Wo hast du die ganzen Fernseher her? Ich habe nur einen Fernseher. Alter, das ist voll cool. Äh. 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 Ich tue dir auf, 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 auf. Du bist noch einmal als Kevin. Bitte. Nein. Hör auf. Ich bin schon wieder eben nirgendwo. Ich hasse meinen Job. Ich habe einen Fernseher. Ja. Gebt mir den bitte. Papa, ich gehe ein bisschen schwimmen, ja? Gebt mir den bitte. Ich möchte, ich möchte damit kochen. Dankeschön. So, und du gehst jetzt bitte. Pass bitte auf euch auf, okay? Wo ist, wo ist Felix? So, Kinder. Ich gehe ganz kurz hoch und was im Internet bestellen, okay? Ihr bleibt bitte hier. Passt auf euch auf. Okay. Drecks, Kinder. Mann, ich hasse euch über alles. Koffie, bring mich auf. Was hier? Der geheime Club. So. Dann schauen wir mal. Was kann ich heute auf Liebe bestellen? Kinder, soll ich uns Feuerwerk bestellen auf Ebay? Ja, bitte. Wollt ihr Feuerwerk? Feuerwerk, 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 Feuerwerk. Papa hat nämlich noch ganz viel Geld vom Arbeitsamt bekommen, weil er entlassen worden ist. Dafür brauchen wir Feuerwerk. Ich bin ein guter Vater. Ah, Feuerwerk. Ja. Ich hasse euch. Was macht ihr denn da, ihr dänischen Kinder? Ist das so ein Abo? Hört auf. Ich will uns noch ein Feuerwerk bestellen. Kevin, du hast zu sterben. Hey, was ist denn mit dir? Das ist ein Abo. Ich will auch schreckeln. Nein, hört auf. Oh, was war jetzt? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich verstehe mein Feuerwerk. Mir reicht es. Ich verstehe mein Feuerwerk. Ich verbreite. Ich schabbe. Wieso? Wieso kann ich denn nichts kaufen? Au. Komm, wir gehen nach oben. Komm, wir gehen nach oben. Alkohol. Komm, wir gehen nach oben. Komm, wir gehen nach oben. Auf und auf und auf und auf den Dach. Wir sind Pissen, Alter. Komm, wir bringen uns auf. Nein, das wird sich hier nicht umgebracht. Komm, ich bin Suizid, Alter. Ja, ja. Kinder, hört auf. Wir umbringen. Papa, Felix ist tot. Das ist unsichtbar. Was ist denn das? Wo ist Papa? Die kleinen Dreckskinder, ihr habt es deutlich zu weit getrieben. Papa ist jetzt unsichtbar. Ah, ah, hab ich gesichert. Warum kommst du nicht? Nimm das! Aua! Hab ich gesichert. Äh, 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 ich geh kacken. Ich bin schon da. Ich geh mit den Kacken, ich kack auch jetzt. Ah, ah, äh, äh. Wir brauchen noch eine zuletzt für Kevin. Der kriegt keinen. Ah, du scheiß auf. Tschüss Kevin, wir sehen uns im Jedenzeit. Ich freue mich auf dich da drin, okay? Wir sehen uns bald wieder, ja? Bitte, sehr bald, Freunde. Ich liebe euch, ja. Ich kann nicht mehr aufstehen. Oh Gott. Oh, oh. Ja, nicht fest. Oh Gott. Ich sterbe. Ey, Kevin. Kevin. Oh, oh. Alva. Nein, nein. Nein, nein, nein. Ich will nicht. Nein, ich will nicht alleine sein. Nein, bitte, bitte. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. ARGH! ARGH! ARGH!